Yo YouTube, was geht ab? Heute machen Paul und ich das gigantische Darts Battle. Wir spielen Best Two, beziehungsweise First Two Nine. Es ist ein unglaubliches Battle, was heute hier passieren wird. Wie fühlst du dich? Du hast mir gerade ultra auf die Schulter gehauen. Sorry. Wir spielen heute First Two Nine. Es ist das Halbfinale für den Darts Creator Cup, der dieses Jahr wieder kommen wird. Direkt auspullen. Gutes Spiel, bro. Fang du mal an mit auspullen. Oh mein Gott, Digga. Ja, du kannst blind werfen. Ah, krass. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Adi ist schon wieder nervös. Krass. Ah, 81. Oh shit, ich bin nicht drin. Shit. Urlaub oder Darts Creator Cup? Wolltest du ein Triple 17? Ja. Wirklich? Boah, das wäre krass. Oh mein Gott. Schön. Boah. 60. Oh mein Gott. 61, 51, 46. Und da bekommt der Darts auf die Doppel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit, Mann. Okay, das ist unlucky. Nehme ich 53. 50. 50. Okay. 60. Paul the Imitator. Adi Totoro, der Adilette. Yo, Bro. Vielen Dank für die Vorschläge, die sind richtig shit. 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 Wisst ihr, muss man eigentlich als Profispieler, muss man so einen Namen haben oder haben das ist einfach alle. Oh mein Gott. Ist der drin? Ja. Okay, 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 okay. 94. Oh, shit. Shit. Ah, shit. Ah, ja, war troll, ey, ich check. Gecheckt? Shit. Aber schön. GG. 2,0. First to nine, oder? Gib mir eine halbe Stunde. Nochmal? Ne, der ist nicht drin. Hast du einmal im Stream eine 180 geworfen? Ne, ich wollte ein Projekt machen und hab dann dreimal gestreamt und dann hab ich aufgehört. Aber, ne, letztes Jahr? Äh, ich hab einmal, zweimal im Stream eine 180 geworfen. Hab ich bei dir einmal im Spiel? Ja. Ah, krass. Du hast mal in München. Ja. 66. Stimmt, ja, Paul und ich haben vor ein paar Wochen mal bei Paul gespielt und der hat einfach instan im ersten Spiel eine 180 geworfen. 26. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. 140 ist tatsächlich sogar besser. Klar. Ich dachte, ich bin niedriger. Scheiße, Mann. 57. 58. Das sind 22. Okay, Leute. Geh auf die Doppel-Helf. Stark. Boom. Boom. Oh mein Gott. Den hab ich gerade gebraucht, sag ich herrlich. Stark. Danke. Okay, 2-1, Leute. Schön. 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 Mann. 92. Okay, 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 okay. Okay, Leute. 94. Shit. Er ist aber nicht so schlecht eigentlich vom Ding her. Triple 20, 15. 50 Rest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, du willst auf 12 gehen. Oh mein Gott. Die Leute auf die 6. Na. Ey, schau da also die Nachbarn. Kleb, zeig mal. Oh mein Gott. Drei Rest. Und ab ins Madhouse. Schön. Schön, schön, schön. Wie viel hast du? 100? 100, ja. Schön. 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 Ja, okay, das ist krass, Leute. 7 Punkte, aber eigentlich schön. Schön. Ja. Saved. Chad, saved. Ja. 121, Leute. Checkt den jetzt mal aus. Triple 10, Doppel 20. Oh mein Gott. Triple 3. Oh, das könnte klappen. Nee, das geht nicht. Geht nicht mehr. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ich hab überworfen, ihr Wichser. Ah, shit. Ich hab gehofft. 4, 1. Weiter geht's, Leute. Ich hab gedacht, ich koche, aber irgendwie dann doch nicht. 60. 60. Okay, 90, Leute. Watch this. Bullseye. Bullseye. Shit. Doppel 15. Wo wolltest du hin? Boah. Für 64. Arrogant. Oh mein Gott. Aber das ist auch absichtlich auf den Gs, der wäre krass gewesen. Okay, Doppel 15. Was hätte ich da jetzt? 3. 3. Man, ich treff die 7 nicht. Ja, ist krass. Ist krass. Kann man nix sagen. 5, 1, Leute. Lucky 65. Irgendwie hätte ich mal Bock, sowas wie Double In zu spielen. Ja? Ist irgendwie funny. Oder Triple Out. Triple Out. Holy shit. Ist das? Sicher. Ist das Trainingsspiel? Wollte ich. Schön. Schön. Chat, ich liebe es übrigens wie Adi beim Darts. 80. Immer versucht, Mindgames zu spielen, aber das klappt mit mir nicht. Ich rede einfach viel, aber ich rede auch wegen dem Stream. Ist jetzt nicht wegen, keine Ahnung was. Aber ich rede eh immer allgemein bei Sport mehr. Ihr seid auch bei Paddel immer ultra ruhig. Echt beim Paddel? Ich rede beim Paddel so viel mehr als ihr. Echt? Ja, ja, ultra. Also Frege redet beim Paddel gar nix mehr. Auch so gar keine kleinen Späßchen mehr. Weißt du, wie ich mein? Oh, nee. Okay, tops, Leute. Schade. So, jetzt Doppel 16. Was würdest du sagen, ist dein Doppel? Früher war es zu 100% Doppel 16. Oh mein Gott. Früher war es safe Doppel 16, jetzt? Boah, ich weiß nicht. Doppel 13. Yes. Ja, es ist Doppel 16. Es ist auf jeden Fall nicht Tops. Ja, Tops ist irgendwie, weiß nicht. Warst nicht du gut auf Tops, oder? Ja, irgendwie ist es phasenweise. Ich check's auch nicht. Aber ich gehe jetzt aktuell lieber auf die 16. Okay, 5-2. Break. 36. Ja. Ja. Wie sollst du? 107,57. Digga, dann treffe ich die 18 nicht. Tops. Oh mein Gott, Digga. Der widme ich meiner zukünftigen Freundin. Leute, ich mach das Comeback. 60. Oh. Ich sag ehrlich, Darts spielen ist gut für Kopfrechnen. Ich bin Real Talk. Oh mein Gott. Okay, 129. Triple 19, Triple 16, Doppel 12. Scheiße. Der war schön. Clean. 6-3. Nach einer Stunde. Boah, langsam kriege ich echt Hunger. Ja, dann müssen wir jetzt durch. Äh, 101. 96. Drehen wir die Scheibe. 80. 69. 96. Triple 20, Doppel 18. Mann. Scheiße. Shit. 30. Okay, du fängst an. 7-3. Holy shit. Ich würde jetzt mal langsam mein Comeback einleiten, Leute. Boah, unlucky. 80. 80. 66. Yes, Digga. Yes, Digga. One on forty. Schön. Danke. Digga, Tops treffen ist immer so lucky, muss man sagen. 13 Tops, Leute. Boom. Boom. Das ist echt geil. Wenn man so mit zwei Darts checkt, ist ein geiles Feeling. 7-4. Liegt sicher nicht an Addis Aim. Welche Darts spielt ihr? Bro, ich habe keinen Plan. Ich sage es, wie es ist. Ich spiele Joe Kallen Darts. 25 Gramm. Mit elf Lights. Das klingt so nerdy, wenn man sowas weiß. Ich habe meine Darts vom Gabriel-Clements-Darts-Shop. Von Saarbrücken. Schön. 70 Rest. Der war gut. Der war wichtig, Leute. Der war wichtig. Ja, komm. Bullseye. Du brauchst ja auch ein paar Highlights für deinen YouTube. So, hier. 55. Der ist drin. Shit. 8 zu 4. 8 zu 4. Jetzt beginnt das Comeback. Oder auch nicht. Fuck. Schön. Das ist krass. Ja, okay. Ich merke es mir. Brauchst du was für Highlights auf YouTube? Ja. Finish mit einem Bullseye. Oh mein Gott. Oh. 49. Shit. GG. Vamos. GG. 9-4. Krass. Wir sehen uns. Geiles YouTube-Video. Beim Darts. Creator Cup. Vielen Dank fürs Zugucken. Paul war eindeutig besser, aber ich werde trainieren bis zum Darts Creator Cup. Ja gut, ich werde dich trainieren. Deswegen hast du noch eine Chance. Ich trainiere. Gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.